Ja, hallo und herzlich Willkommen bei WZiK 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 So, heute spielt der Cock to the Roach Simulator Alter, das Spiel ist so überlaufen Das ist einfach der Burner Das ist einfach aller Pappties und Schatz Wir haben gar keine leere Lobby, ey Ja, wir können einfach Quickplay machen, wenn sie gerade zusammen Das wird echt schwierig Wie viele Leute sind wir gerade? Vier! Drei, ne? Und in der EU spielen gerade insgesamt vier Leute Alter, das ist mega überlaufen Was für ein Zufall Wir haben fast keine Plätze mehr gekriegt Die ganze EU ist versammelt in diesem Game Auf dem OS-Server sind schon sechs Leute Oh, macht keinen Shares, ey Alter, krass, sechs Leute Und Asien? Und so weiter, oder was? Und Japan ist nur einer Bei mir sind in Japan zwei Krass Die EU sind aber nur noch drei Achso, weil jemand gewechselt hat Was gibt's denn hier noch? Geil, Mann Ist das Südafrika, SA? Ich glaube ja, oder? Ist Sternbild Andromeda Die waren aber motiviert Ja, geil, Alter Okay, geil, was machen wir? Curry macht einen Raum Ich mach mal einen Raum auf Ach, Raum und Zeit Oh nein Geiler Kong Oh nein Was denn? Was denn? Fuck Was? Ich hab bei allen Aufnahmen mal ein Mikro aus gehabt Bei OBS Ich glaube, ich klauen eine Tonspur von euch dann irgendwie Ja, ja, ja Muss ich von Japan klauen Ja, das geht auf jeden Fall Bei den Golf ist das völlig egal Ja Wir haben alle den gleichen Ton Ja, bei Golf ist es easy Oh Mann Ja, ja, bei den anderen glaube ich auch, oder? Bei, doch Ja, bei Golf Golf ist easy, das ist ja, das ist Ja, ja, auf jeden Fall Das ist ja nur Musik bei Golf Ja, ja, stimmt, ja, ja, ja Ja, 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 ja Keine Sorge, keine Sorge Also, ich hoffe, das geht Also, wenn ich mitsinge und es ist furchtbar schief Liegt es daran, dass ich die Tonspur von euch anders genommen habe Ich lass das Mikro jetzt einfach aus und klau mir die Tonspur von euch anders dann Oh Mann Ich hab einmal bei OBS jetzt das Mikrofon ausgemacht nach dem Stream Und jetzt ist die ganze Zeit aus Ah, das ist das Ich hasse sowas Hast du aber nicht vorher noch irgendwas anderes aufgenommen? So acht Stunden oder so, oder? Mh, nee, das war nur gestern der Stream irgendwie Der, ja, zehn Jahre gegen wieder Okay Das wär gut Boah Du bist immer richtig, richtig motiviert Willst du da gucken, wer am längsten aufgenommen hat Eure komischen Verabschiedungen Weil ich war immer sehr früh raus Oh nein, stimmt Oh fuck, die Verabschiedungen Nein Ja, Curry, ne? Curry war fast nur das Nee, nee Ich hab auch nicht so lang aufgenommen, wie der Erik immer Naja Wer hat er am längsten aufgenommen? Ich hab keine Ahnung Ich weiß es nicht Ich hab immer unterschiedlich gehabt Ich sammle einfach alle Audiospuren ein und dann Okay, okay Mach mal gut Den Rest muss ich nachvertonen Kacke Ja, geil Äh, ja, nice Läuft heute bei mir Toll, ist bester Tag Aber es ist nichts Egal Was ist das? Ich hab keine Ahnung Ja, keine Ahnung Äh, wir sind die Kapitelaken Ich hab, ich hab einen Server aufgemacht Ja Ich weiß nicht, ob wir den irgendwie suchen können oder so Ja Oh Curry, ich find den nicht Curry Wie heißt der denn? Curry, der ist, der ist einfach Das sind so viele Server gerade Ich find den nicht Warte Ich warte auf den Ladebildschirm, weil das ist echt aufwendiger Spiel Also ich bin jetzt anscheinend der Typ, der euch jagen muss Bin ich schon im Spiel? Achso Da oben rechts Da oben rechts Kennst du Currywurst? Hä? Und das Ziel des Spiels ist glaube ich Äh, irgendwie Äh, Sachen zu fressen und dann irgendwas auszukacken, was wohl ein Baby sein soll Aber wie find ich das denn? Ey, User kommt auch rein Ey, wer ist denn User? Hä, was hat der für eine Ping, Alter? Wer ist denn User? Von woher kommt der das? Kann ich den bitte kicken? Warte mal, kann ich den bitte kicken? Äh, jetzt bin ich wieder weg Äh Ich will den kicken Waren, wo bist du denn? Ja, bei mir stand kein Server Ach, da bist der Aber ich will den kicken Ich will den kicken Hau ab User Ich kann ihn nicht kicken Warum nicht? Ich kann ihn irgendwie nicht kicken Ach, Scheiße Watt ist da los? Verpüß dich Schön, deutsche Gastfreundschaft Diese Gastfreundschaft ist einfach so ein Go, 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 sagt User Ja, go, Alter Ja, go, Alter Ja, go Joom's groß, Digga Ich glaube, wir sind raus, Digga Okay, warte, warte, warte Wie er ist D Wie er ist D Warte, wie er ist D Äh, Maus Struktur Left Shift Run Space Ich kann den leider nicht kicken Ich schwöre, G ist wichtig Watt, No Ach komm, ich mach nochmal Leaf Und dann mach ich mal privat Watt ist mit No Okay, jetzt geh mal raus, ciao Ja, komm mal raus Ja, komm mal raus Ja Von die Arschlöcher, ey So Hey, we create the skill Hey, IQ 6 Players? Wird sie verarscht? Warte, jetzt Warte mal, jetzt Warte mal, jetzt Warte mal, jetzt Warte mal, muss ich euch einladen? Kann das sein? Das ist möglich, Kevin Ja, mich kannst du natürlich super einladen Ja, ich glaube, da können die anderen aber auch machen Tolle Kümmel nach Ich kann mich gar nicht einladen Hä? Äh Warte, Lobby gemacht Äh Okay, ich mach jetzt Ganz schnell den Boom auf Und dann kommt der direkt rein, okay? Ja, geil Raum ist Ich bin sofort reingekommen Ich geh Nein Klipp einfach auf Achso, achso, da sind zwei Knöpfe, okay. Ja, da wusstest du nicht. Ja, geil! Okay, ich muss euch jagen, also das Ding ist, ihr könnt halt rumfliegen. Wo seid ihr, Mann? Hä? Die Steuerung ist doch wohl... Ey, was ist das fürchterlich? Ey, was ist das denn? Ich hab's gesehen! Hey, wo seid ihr? Ihr seid ja alle runtergedroppt! Da, weg da! Das ist ja... Das ist ja schrecklich, aber... Hallo, Curry! Äh, wa... Was? Oh... Ach, das ist, weil man die Wände hochrennen kann. Wie geil ist das denn? Hallo, Curry! Äh! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Kann ich auch in dir hochklettern? Ne. Gibt's doch nicht. Kann ich mich irgendwie bücken oder so? Oh! Hallo! Hallo! Bück dich! Bück dich, Harry! Ah, nein! Ciao! Ciao! Wie? Du hast mich? Oh, Menno! Was ist die Optik? Was ist die Optik? Mir wird's so schlecht davon. Ist ja furchtbar! Mein ekliger Raum hier! Cool, ich bin Greenspawn! Tschüss! Oh! Weg mit dir! Was ist das? Geh weg, geh weg, geh weg! Nein! Nein! Was ist das für eine fürchterliche... Wo seid ihr? Was ist das für eine fürchterliche Steuerung, Alter? Das ist ganz furchtbar. Boah, ich kotze! Mit VR wäre ich jetzt am Ende. Ich kotze gleich! Das gibt's doch in VR! Die ist echt bescheuert, Alper! Die ist richtig bescheuert! Nein! Komm her! Das gibt's auch in VR übrigens! Hey! Was? Das gibt's in VR? Ja! Das ist aber wichtig, dass es dieses Spiel in VR gibt! Ja! Wo bin ich denn? Hä? Warum bin denn nur ich hier dran? Was soll das? Was seid ihr? Wie kann ich denn kacken jetzt? Ey! Ich muss erst was fressen! Ja, ich will doch! Geh mal weg! Ich muss fressen! Ich will kacken! Alter, das gibt's doch nicht! Ich komme her! Alter, geil! Ey, die hat auch gegessen! Halt! Hab ich gekackt! Hab ich gekackt! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Curry, komm bitte auf meinen Arsch! Hab ich gekackt! Oh! Was ist das denn da? Curry, geh weg! Wuhu! Ey, Curry, weg, Gerd! Warum trenne ich euch denn nicht? Ich weiß gar nicht, wo die anderen sind! Was macht der da oben? Boah, deine Stinkefüße, ne? Boah, was? Ja! Ich hab was gegessen! Oh, da ist jemand erwischt, ne? Ey, Tobi! Nanananananananananananana! Aua! Oh, du hast mich erwischt, Tobi, gemein! R, drück R, schnell! Boah, oah! Hier, Fickser! Raus aus meiner Küche! Nein, dann mach's sauber, du Penner! Hey, ich bin tot! Tobi, Tobi, ja man! Du kannst aber respawn mit R, glaub ich, ne? Ja, aber was ist denn das Ziel des Spiels? Ich hab keine Ahnung! Ihr müsst so lang fressen bis ihr was ablegen könnt Boah geil, ich will fett was ablegen Hey wer ist da unterm Tisch? Was soll das hier, hallo? Bitte was? Kann er mal bitte rausgehen? Wo ist denn hier, achso? Hallo! Lass mal Vögel alter! Lass mal fett Gemaden über den machen Mann! Der ist da auf meinem Pimstrand Ui, der Teller ist ja nicht... Ich bin überhaupt gar nicht auf dem... Och manno... Ich soll nicht wahren Ey, was macht der denn da? Niniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniini Ey, boah! Das war mein Bruder! Ja man, ich mach euch alle fällig! Wer hat mein Bruder gemordet? Hallo, wo ist denn der andere hier? Ey! Du bist hässlich! Ich weiß... Ich weiß das doch! Aber ich will hier zuhause leben in meiner Hartz-IV-Bude! Verzieht euch! Was tut ihr Leben tun? Hallo, ist da jemand unterm Tisch? Wie geil! Ich hab keine Ahnung, wo ich bin! Hey, hallo! Da drüben! Hallo! Ich finde die ganzen Essenssachen gar nicht! Wo ist hier jemand? Ich riech euch doch! Ich weiß gar nicht mehr, wo... Ah, ich glaub ich weiß, wo ich bin! Ich riech das doch hier! Die Scheiße! Ich hab es so satt! Aua, aua, aua! Alter, die Steuerung ist natürlich mega für den Arsch einfach! Ja... Was ist das denn hier? Hä? Was ist das denn da? Oh! Hey, lass mich! Ich muss dich da erstmal orientieren! Man kann sich gar nicht hier richtig... Hey, was war das? Weg da raus! Ich find nichts zu essen! Drück mal, drück mal die Leertaste! Drück mal die Leertaste! Drück mal die Leertaste! Was passiert dann? Dann lässt man, glaub ich, los, ne? Oder man springt mit der Leertaste! Ich glaub auch, was ist... Ich muss hier natürlich erst ein bisschen reinfinden dabei! Kommt mal her! Mir fehlt die Taste! Aua! Hör zurück! Komm zurück! Mit Tellern! Was ist denn da? In seinem Hals und verstecken oder was? Ah! Wir sind ja sonst keine Krübel! Wie kann der mich denn sehen? Hallo! Ist die Küche denn so sauer? Das Dema als Insekt ist echt nicht so... Sauber? Boah! Ja! Hier gibt's... Aua! Aua! Juck gerade! Mir gibt's wenig zu essen! Hallo! Ey, was kriegt der das? Komm her! Komm her! Wo bist du? Domi? Ja! Das ess ich auf! Das ess ich auch auf! Was ist denn? Aua! 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 Junge! Ich hing unterm Tischbein, Junge! Lol! Alter, mein... Jetzt hast du... Wo seid ihr? Ciao! Ey, hört auf mich mal zu beobachten! Boah, deine Beine sind aber schon geil, Curry! Ja, nice, ne? Triffst du mich nicht, ne? Kann man Curry eigentlich töten und essen? Wollt ihr voll geil! Eier ablegen? Tobi! Curry! Merzitz! Ich warn dich nicht nochmal, Junge! Halt! Stopp! Geh weg mit an die Teller! Hallo? Ist hier jemand auf dem Posen? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr, Mann? Das gibt's doch nicht! Ihr habt übrigens noch ein Leben, ne? Scheiße! Ein Leben hat dann auch Freunde! Ich verstehe das Ziel immer noch nicht! Ja, ihr müsst die Krümmel essen! Immer zu den Krümmeln hin! Ja, aber hier sind keine Krümmel! Doch! Doch! Ich seh doch hier überall welche! Tausend Stück! Ich hab die schon alle gegessen! Ich seh keine anderen! Deine Mistfinger! Du stirbst aber immer, Pan! Nein! Jetzt grad hab ich auch wieder alle gegessen! Hey! Hey! Wer rennt da? Hey Corey! Wer sich zu mir runterkniet, ihr verpisset sie! Komm her mein Schnuckiputz! Lololololololololololol koklaa! Boah Soi, geh weg, hau ab! Komm her! Boah! Tschüss! Nein! Juhu! Ey, der ist so ein Lack der Typ, ne? Hey, da hab ich jemanden Knabbern gehört! Da hab ich jemanden Knabbern gehört! Ich hab ihn Knabbern gehört, wo seid ihr? Er wird das selber essen! Ist jemand unter meinem Tisch? Oder was ist hier los? Hallo? Hast mir grad auf den Arsch geguckt? Vielleicht! Du, Rex, sag doch! Nein! Oh, Aua! Aua! Oh! Mein Kopf! Ich hab so schön dick angegessen! Oh, Mann, oh! Oh, da war ja wirklich was zu essen noch! Tobi! Oh, ich kann mal nicht respawnen! Nein, ich kann nicht respawnen! Wo bleibst du, mein Zug, Ali, he? Wo bist du? Alter, Karibu ist ganz schön groß! Hey, was hast du gesagt? Boah, bei dir ist die Scheuerung ja auch richtig ätzend! Boah, das ist ja furchtbar! Hallo? Ich will respawnen! Oh! Oh! Was denn? Mir wird so schlecht! So knapp gewesen! Ich will respawnen! Ich will respawnen! Pfanne! Jetzt, jetzt ist Schachmatt hier! Mein Freund! Komm schon! Komm her! Jawoll! Boah! Nice Curry, Alter! Nice! Ja, Mann! Meine Flip Flops sind wieder sicher! Ja! Die Klebewohnung ist sauber, Alter! Ja! Aufgeräumt! Kann ich irgendwie die Dings wechseln? Warte mal! Was denn? Skin? Oder? Ja! Left Mouse Button interaction, Right Mouse Button Item in the hand? Ach so! Jetzt ist es vorbei, oder was? Wa? Ja, wow! Ja, dann mach du mal einen Raum auf! Irgendeiner von euch! Jericho! Ich trau mich nicht, das sind vier Spieler... Du kannst dir den Raum aufmachen. Okay, BMN. Nee, du musst Create a Room machen. Nee, Create a Room. Alles klar. Create a Room. Room nehmen nämlich Kacke. Ja, ist ja egal. Wir machen einfach Be a Cockroach und dann geht's los. Achso, ich kann aber Private machen. Das heißt, ich kann Tobi und Han einladen. Ja, aber das geht irgendwie nicht. Nee, ich konnte grad auch nicht einladen dann. Okay, also mach ich kein Private. Ich mach Direct Game. Mach einfach normal. Mach einfach normal. Warte, Ladebildschirm. Raum steht, Raum steht, go! Okay, ich bin da. Okay, Curry, wo scharf ich denn? F1, 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 F1. F1, 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 F1. Okay, geil. Guck mal, seht ihr hier? Guck mal. Warte, dreht euch mal um. Seht ihr diese Dinger hier? Die müssen wir legen. Weißt du, damit das sind quasi Startpunkte. Hä, wieso weißt du? Alter, jetzt verrät er die Tricks, weißt du? Nein, ich mein, wir müssen halt essen, um... Erik, geh mal bitte weg. Wer frisst denn hier schon? Entschuldigung. Ich hatte Hunger. Ich weiß nicht, wie das alles geht. Ich bin ja eine wunderschöne Kackalake. Hallo? Okay, ich muss das schon mal hören. Da hat jemand gegessen. Weiter essen, weiter essen. Sag mal, ich habe den Topf gerade auf die Kackalake geschmissen. Hä, wieso lebst du denn? Bist du zu blöd oder was? Guck mal, Tobi hat schon einen großen Arsch. Nein! Großen Arsch! Habt ihr das gerade bei Tobi gesehen? Ey, Pan. Tobi hat gerade einen großen Arsch. Was geht hier nur los? Nein, Alter! Nein, aber mein Bruder! Alter, du hast mich einfach zerrückt. Leute, ihr müsst aufpassen. Das ist sehr gefährlich. Der Junge ist wieder instant geworden Der richtiger Asi ist der Eeri-ek? was ist los? Erik Erik Hör auf Tobi man, mach keine Witze, wir haben nicht mehr viele Leben man. Wir müssen Babys machen. Nö, das gibt's doch nicht. Ja. Scheiße. Der kriegt uns einfach direkt. Kann man immer nach meinen Arsch spucken? Tschüss. Hä, wie hast du getreten, wie hast du das gemacht? Mit Lärz hast du, hab ich irgendwie getreten. Ach geil. Oh. Was mach ich jetzt, für den dicken Arsch haben? In der Kakerlaken. Wie kann ich ein Eier legen? Äh, noch nicht, noch nicht, das muss ganz aus, das steht dann da. Guck mal, du hast jetzt einen Hinterteil, siehst du das? Ja. Du musst noch mehr essen, Tobi. Oh ja, da bin ich Pro drin, Alter. Oh Gott. Nein, der Krümmel ist weg, scheiße. Dude, mach das nicht. Alter, wie er da langläuft, der Erich. Geil, geil, geil. Wieso treff ich den nicht? Weil, super trick. Ähm. Alter, wer frisst hier? Oh. Oh. Oh Gott. Oha. Oha. Wo bist du? Komm her! Komm her! Nein, da ist mich! Jawohl Tobi, bald ist es soweit. Tobi gebärt bald. Geil. Tobi gebärt bald. Ich habe die Erfängnis, Freunde. Aua. So. Ihh, man sieht ja richtig, wie das bald rauskommt. Das ist ja richtig, wirklich wie so ein Köttel. Aber wenn ich jetzt sterbe, oder wenn er mich trifft, ist es wieder zurückgesessen. Alter, der liegt unter'm Tisch. Der liegt unter'm Tisch. Super. Uh. Erik, hör mal auf. Hala. Ich habe Hunger. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Das gibt's doch nicht. Mein erstes Mal als Mensch ist erschütternd. Der fette Tobi frisst sich wieder voll. Ich mein die Kankerlade. Hi. Wo bist du? Tschüss. Ey! Na, wo kommen wir denn hier noch hin? Zum Herd. Ich geh zum Herd halt. Tschüss. Hör auf. Wir müssen doch eh was zum Fressen fliegen. Das findet ihr. Das findet man echt schlecht, ne? Ja. Erik. Das ist nur eine Abzughaube. Fack die Finger von mir weg. Ich bin nur ein Insekt. Das ist nur eine Abzughaube. Fack. Scheiße. Ich will doch nur überleben. Aua. Boah ey. Wieso treff ich dich nicht? Ich hau die ganze Zeit auf dich drauf. Aber der trifft einfach nicht. Das ist meine geile Superkraft. Ey was ist das denn? Scheiße. Ich hab ne Fliege gefressen. Ich kann fliegen. Aua. Was? Oh krass. Hä? Das ist die Waffe zwischen 10. Da oben. Huuuii. Huuuii. Huuuuii. 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 Wie lange lebt ihr denn? Oh. Hallo. Huuuuii. 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 Das mit dem Stampfen bringt auch gar nichts irgendwie mit dem Fußstampfen. Ach. Okay. Huuuuii. 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 Oh. Ich hab manchmal echt Probleme mich zu orientieren wo ich gerade bin. Ja. Aber ich finde es geht. Im Spiel auch. Wenn man sich ein bisschen reingefunden hat, dann geht das ganz gut. Okay. Ich muss mich gerade so hart zusammenreißen nicht zu kotzen ey. Echt so schlimm? Ja. Sag mal. Hab ich gegessen? Ja. Oh da war ein Häufchen. Oh Gott. Alter nicht dass Panik jetzt voll kotzt. Boah. Mann ey ey. Geil. Alter ein Leben noch. Was ist los? Echt so schlimm? Ja scheiß Schnakerlaken. Aaaaaaah. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Eine Befreiung. Tut mir leid. Es tut mir leid. Was hast du gemacht? Ich bin tot. Was? Ja Gott sei Dank. Tut mir leid. Oh Gott sei Dank. Ist aber auch komisch ne. Aber manchmal. Wer lebt denn noch? Ach der Curry lebt noch. Nein. Der Curry, wo ist sie denn? Diese Musik ist geil. Geil. Boah wer immer das Spiel programmiert hat ne. Scheiße ist das. Das ist echt nicht gut gemacht. So vom technischen her ist das echt scheiße. Geh bitte in die Schule. Oh. Oh. Hä? Das Essgeräusch ist ja. Oh Gott. Dieses Essgeräusch ist echt eklig ne. Ja ne. Ja. Das ist heute übrigens die letzte Folge der aktuellen Aufnahme heute. Komm schon. Komm schon. Ah. Iiii. Guck mal aus Currys Arsch kommt schon was raus. Iiii. Iiii. Die sind fast draußen. Ekelhaft. Alter. Hilfe. Nein. Weg. Weg. Was machst du da? Wir nehmen unsere Leichen. Ich glaube nicht. Ich schaffe es man. Ja. Äh. Kann ich jetzt kacken? Hä? Wo bist du denn? Äh. Kann ich jetzt kacken oder ist... Ich glaube noch einmal oder? Einmal noch ne. Waa iiii. Oh Gott. Ah. Ah. Das ist echt ekelhaft. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah. Oh Gott. Hilfe. Bist du. Du weißt doch genau wo ich bin. Tu doch nicht so. Hier ist Radio dabei. Ey das ist ja mega. Das ist geil. Das Radio ist mega. Fängt gerade so ne Metal Musik und ist so aus. Oh. Hä? Was hat denn? Hm. Was haben wir denn hier schönes? Äh. Jawoll. Iiii. Iiii. Äh. Diese Wurst da hinten. Äh. Oh wie ekelhaft. Jetzt? Madness. Take a gun. Kill Cockroach. Was? Was? Wo ist denn die Gun? Geh weg. Oh geil. Oh. Was? Was? Was zur Hölle? Hat jemand da ne Fliege gefressen? Hat dich schon wieder? Ne. Ich nicht. Hast du ne Fliege geschissen oder was? Bist du die Fliege? Nein. Wo ist der Ben da? Bene. Oh. Boah. Nein. Was? Wie geht das überhaupt? Hä? Hä? Wie kann ich mit der Gun... Mittlere Maustaste vielleicht? Was muss ich denn machen? Hä? Warte mal. Ich weiß nicht genau wie ich mit der Knarre... Der Taste, E, F oder der Taste? Ne. Wer Zeugs essen damit du irgendwie drauf... Oh Gott. Ich kann mit der Knarre gar nicht schießen. Was ist das für ein Teufelszeug? Das macht doch gar keinen Sinn. Was ist das hier? Ist das hier? Insektenspray in dem Schrank? Mach mal die Schranktüren auf. Da kannst du auch schöne Sachen finden. Left Shift, ne? Look Turn... Nö? Oh, wieso bin ich nicht getroffen? Sowieso die Option für die Cockroaches. Mach mal Escape und guck einmal was da bei der Steuerung rechts bei dir steht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Alter, der Curry fliegt hier rum und ist eine scheiß Mistmale. Kannst du sein Kind töten? Hä? Was ist denn mit dir? Ich weiß, wo sein Kind ist. Du bist genau die Family. Der frisst wieder die Sau. Einfach, der fliegt. Und wenn du ruckelst. Nein. Nur auf zu ruckeln. Curry, wo bist du? Beste Spiel. Ah! Ja! 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 Aber was ist jetzt mit deinem Nachwuchs? Der Nachwuchs ist... Ich glaube, ich muss so viel fressen, weil bei dir ist jetzt ein Baby in deinem Gesicht so drin. Ich glaube, irgendwie kann ich dich dann töten. Legst du dann die Maden in mir ab oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, das ist das erste Spiel, wo wir mit Pan gespielt haben, wo der schlecht geworden ist. Oh ja. Oh nein. Also ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich bin ganz ehrlich. Ich muss das Spiel nicht nochmal spielen. Nee, ich auch nicht. War ein Versuch halt. War ein Versuch. Also war schon sehr ekelhaft. Das ist echt schlecht. Ich fand es aber lustig. Also ich fand es nicht scheiße oder so. Pan, also ich bin dafür, dass Pan das mal mit VR spielen. Also ich würde sagen, also Spielerzahlen auf jeden Fall höher als bei Norman Sky. Ja. Das haben sie jetzt gesagt, Mr. Ewig. Ja, war angenehm. Also kann man ja auch mal gespielt haben. Vielleicht machen wir es dann noch mal irgendwann. Vielleicht lassen wir es noch bleiben. War ein schöner Bursche auf jeden Fall, der uns da gehen kann. Ich gehe kosten. Nee, das finde ich auch. Okay, tschüss Pan. Geh immer noch gekosten. Ich gehe noch mal Eier legen. Ciao. Mach den euer Gesicht. Ciao. Iiii.